Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie hier auf dem Yamaha Messestand zur Funkausstellung in Berlin in Halle 1.2 Stand 152. Können Sie uns live besuchen. Für alle, die uns nicht besuchen können, haben wir hier Videos vorbereitet und ich möchte Ihnen gerne unser neues Yamaha Restio B820 vorstellen. Eine absolut schicke Designanlage, kompakt in den Abmessungen, 40 x 40 cm, nur 9 cm tief und trotzdem mit einem richtig hochwertigen Zweiwege-Lautsprechersystem ausgestattet. Sie können das Restio komplett plan an der Wand platzieren oder mit dem flexiblen Fuß frei im Raum positionieren. Optional gibt es eine Wandhalteoption, also ein richtig schönes Wohnraumaccessoire, das ganz nebenbei auch noch hervorragend klingt. Das Gerät ist auch komplett ausgestattet und das ist faszinierend bei so kompakten Abmessungen. Es gibt ein physikalisches iPod-Dock, wir haben ein USB-Port, ein CD-Spieler ist drin, ein Tuner und die Besonderheit bei der neuen Restio B820 ist Bluetooth. Das heißt, mit jeder Art von Bluetooth-fähigen Gerät haben Sie die Möglichkeit, kabellos Audio von Ihrem Smart-Device zum Beispiel direkt zum Restio zu senden. Und die absolute Besonderheit und ein wirkliches Unikum, es gibt für dieses Restio B820 eine App, die es ermöglicht, das Restio komplett über Bluetooth zu steuern. So wird also Ihr Smart-Device zu Hause zu einer komfortablen Fernbedienung. Weitere Informationen finden Sie bei uns auch im Web. Wir haben speziell für die Kunden, die uns nicht direkt besuchen können, eine Website eingerichtet und natürlich sind wir auf Facebook mit einem tollen Tagebuch, wo Sie aktuell erleben können, was hier bei uns auf dem Stand passiert. Für alle, die uns direkt besuchen wollen, ich wiederhole mich nochmal, Halle 1.2, Stand 152, wir freuen uns auf Sie.